Da werden noch kräftig die Formulare ausgefüllt. Bitte ist ganz aufrecht. Wahrscheinlich die die Ausbildung absolviert. Ja, wir sind jetzt an der Fahrschule angekommen. Der Weg hin war ein Feldweg und ich bin richtig überrascht. Also hier ist ein Park, wo die Fahrschule wahrscheinlich die Ausbildung absolviert. Da kann man also einparken und sonstige Dinge machen, was also in Deutschland auch ist. Und jetzt gehen wir erst mal ins Büro und hören uns das an. Ja und da oben da seht ihr die Preisliste 5900 wird wohl das teuerste sein. Ja, hier ist die Fahrschule. Dann gehen wir mal rein. Okay. Ist it allowed to make a movie? Das ganz Schlimme ist, die Piti ist schon seit Lebzeiten ohne Führerschein zu fahren. Das ist also hier in Thailand schon ein bisschen normal. Aber natürlich, wenn es jetzt zu einem Unfall kommt und man geht vor Gericht, dann sieht man natürlich alt aus. Ja, die möchten jetzt eine Anzahlung natürlich haben. How much they want to deposit? Okay, die Piti muss jetzt hier ein Formular ausfüllen. Ich gehe jetzt raus. mit euch. Okay, you make all. Ich muss jetzt erstmal die Kohle besorgen. Und hier können wir das glaube ich besser sehen. Also ist schon ein ziemlich großes Areal, muss ich sagen, mit Einfahrten, Park, Buchten. Also hier kann man schon Autofahren lernen. Es gibt ja auch welche, die fahren direkt auf der Straße und lernen da. Das ist natürlich super gefährlich für die Mitmenschen. Aber das sieht schon gut aus. Übrigens, da hinten ist auch gleiches Gefängnis. Da ist es Gericht von uns, von Samui. Da wird man sich dann wiederfinden, wenn man mal was falsch gemacht hat. So, 1000 Watt deposit wollen die haben. Und ja, wenn ihr auch Erfahrungen habt, Führerschein hier in Thailand zu machen, dann schreibt das mal unten in den Kommentaren, auch wie viel das bei euch gekostet hat und wie war denn eigentlich die Ausbildung gewesen. Da werden noch kräftig die Formulare ausgefüllt. Das ist jetzt hier der berühmte Test, wo man zwei Stifte auf gleicher Höhe bringen muss. So, sie sitzt jetzt da hinten. Und dann muss sie die Stifte auf gleicher Höhe anhalten. Dreimal gemacht, dreimal daneben. Und man darf jetzt erstmal trainieren. Servatika, hier ist Mira von Smile Coconut Health Care. Du bist Thailänderin und arbeitest in Deutschland oder hier in Thailand im Bereich Pflege und suchst eine neue Herausforderung hier bei uns in Koh Samui, dann melde dich gerne bei mir. Pitti ist ganz aufgeregt. Aus dieser Entfernung sieht man das. Und beide Stifte müssen auf gleicher Höhe sein beim Bremsen. Ist okay? Sie hat es am zehnten Mal geschafft. So, das war jetzt nur spielen und jetzt wird es ernst. Also wie ihr sehen könnt, das ist auch gar nicht so einfach. Hier will man natürlich keinen durchfallen lassen. Ich sage nichts. Mehr. Mehr. Stopp! Wieder zurück. So, ich habe es ein bisschen gecoacht. 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 Ja. Thomas? Nein, noch ein bisschen. Dir. Immer zum. Also im Straßenverkehrsamt wäre sie schon nach Hause geschickt worden. Dann darf man nämlich dreimal das versuchen. Ja. Von der Form, von da. Stopp! Das ist eine gute Position. Siehst du das jetzt? Hier geht es richtig relaxt zu. Und da draußen, wie ich jetzt mitbekommen habe, kann man denn mit dem eigenen Waren rumfahren und üben. Was jetzt? Ach, die Bremsen. Ja, jetzt gibt es noch einen Bremstest. Und da unten geht ein Licht an. Too late. Also hierbei muss er eben halt, wenn das Licht da vorne auf rot geht, muss er auf die Bremsen treten. Das hast du beim ersten Mal ganz gut geschafft. Okay. Hat es auch geschafft. Now you can take the driving license. Ja, jetzt habe ich gerade noch gehört. Man kann also hier draußen die Strecke zuerst mit dem eigenen Wagen hier von der Fahrschule abfahren. Und wenn das also soweit klappt, dann kann man weiter üben mit dem privaten Fahrzeug von der Familie oder vom Ehemann oder weiß was. Dass man also hier noch weiterhin üben kann. Vor allen Dingen das Einparken ist ja wichtig. Da geradeaus rumfahren und so, das wissen wir ja, das geht ja relativ gut. Ja, mit diesen Bildern möchte ich mich verabschieden von euch. Ich werde hier noch am Ende noch ein paar Filme von mir verlinken, also nicht wegklicken. Da oben sind noch interessante Dinge, was man so erlebt hier in Thailand und speziell natürlich hier auf Koh Samui. Ja, Führerschein ist natürlich auch wieder ein Projekt wert. Bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier abläuft. Auf jeden Fall werde ich da natürlich auch eine Dokumentation zu machen. Weil diejenigen, die jetzt nach Thailand kommen, die können also nicht mehr den Führerschein umschreiben lassen, wie ich das vor sechs Jahren gemacht habe. Dann konnte man mit dem internationalen Führerschein einfach den Thai-Führerschein überschreiben lassen. Das geht jetzt nicht mehr. Da muss man also einen kompletten Führerschein machen. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss und Daumen nach oben und das Abo anklicken. Tschüss. Tschüss.